Am 23. November 2004 feierte WoW US Release, am 11. Februar 2005 folgte die Veröffentlichung in Europa. Jemand, der damals 18 war, ist nun über 30, hat vielleicht selbst eine Familie gegründet und über all diese Zeit friedlich neben WoW koexistiert. Inzwischen blicken Spieler auf sechs Erweiterungen zurück, das Grundspiel als solches nicht mit hinzugenommen. Auf völlig legitime Art und Weise bilden sich Spieler bis heute Meinungen über die einzelnen Teile der Reihe. Es mag jedoch überraschen, dass häufig die Meinungen der Spieler teils erheblich von Meinungen der Spielekritiker abweichen. So bewerteten Spielekritiker die Erweiterungen The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm und Rollouts of Draenor etwa gleich positiv, während die Ansichten der Spielerinnen und Spieler hier erheblich divergieren. Von großer Bedeutung ist der finanzielle Erfolg eines Spiels. Ein Maß dafür sind sowohl Abonnenten wie auch die Verkaufszahlen. Im zweiten Quartal 2010 waren die Abonnentenzahlen von WoW auf 12 Millionen gewachsen und erreichten damit ein Maximum. Es folgte eine Abnahme. Ende 2015 kündigte Blizzard an, keine weiteren Abozahlen mehr zu veröffentlichen. Die letzte Abozahl stammt von November 2015 mit 5,5 Millionen. Daneben sind aber auch Verkaufszahlen interessant. So wurde Legion am ersten Tag 3,3 Millionen Mal verkauft und war damit so gut wie Cataclysm und Rollouts of Draenor. Verkaufsrekord. Von der Community wurde WoW bereits oft für tot erklärt. Das Netz ist voll mit Stimmen aus der Community, die minutiös darlegen, in welchen Punkten das Spiel an Stärke verloren hätte. Das ist keine Erfindung der jüngsten Vergangenheit, sondern reicht zurück bis zu den Anfängen der WoW-Erweiterungen, The Burning Crusade. Natürlich gab es bereits damals Spieler, die der Veröffentlichung neuer Inhalte, die das althergebrachte Spielegefühl verändern könnten, kritisch gegenüberstanden. Oft bezieht sich die Kritik auf konkrete Features der kommenden Erweiterungen. Doch nicht selten dominiert eine unbegründete Angst vor dem Unbekannten. Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere und insbesondere bei einem Spiel wie dem damaligen doch recht langsamen WoW war vielleicht eine Bereitschaft etwas Neues zu probieren und das Spiel in die Moderne zu führen, bei einigen Spielern nicht vorhanden. Aber das sind natürlich nur einzelne Stimmen und wie wir alle wissen, wurde The Burning Crusade dennoch sehr gut von der Community aufgenommen und öffnete die World of Warcraft auch für das jüngere Publikum, nicht zuletzt durch den medialen Hype, den WoW auslöste. WoW ist und war nie ein Feuerwerk der Innovationen. Viel eher diente man sich bei der Entwicklung stets an Trends, die man von anderen Genre-Vertretern oder auch von Genre-Fremden-Werken her kannte und machte sich diese zu eigen. Ein Dungeon-Browser, Challenge-Mode oder der von einigen Spielern wenig favorisierte Garnisonstisch. All diese Ideen stammen keinesfalls von Blizzard selbst. Doch obwohl diese Inhalte auch zuvor in anderen Spielen zu sehen waren, schafften es die Entwickler stets, sich so wenig wie möglich und so viel wie nötig an den Beispielen anderer Spiele zu orientieren. Das meiste, was man von Blizzard präsentiert bekommt, fühlt sich bereits nach kurzer Zeit sehr rund und auf eine faszinierende Art und Weise vertraut an. Hier haben wir auch ein entscheidendes Charakteristikum, das den Erfolg von WoW mitunter erklären kann. Das Spiel lebt von Ideen, die in kleinen Iterationen dem Spieler näher gebracht werden, ohne ein vollkommen fremdes Spielegefühl hervorzurufen. An Stellen, die dann doch mal eine komplette Sanierung benötigen, schreckt man aber auch nicht zurück, mit Feingefühl die nötigen Änderungen vorzunehmen. Raw Lords of Traitor war etwa so ein Add-on, das die bisherigen Maßstäbe in vielerlei Hinsicht neu definierte, nicht zuletzt wegen der Itemquetsche und den neuen Charaktermodellen. Ob man nun WoW gut oder schlecht findet, das hängt von vielen Faktoren ab. In jüngster Vergangenheit kredenzten die Entwickler eine Erweiterung, die nicht zuletzt auch als Zugeständnis an die Spielerinnen und Spieler verstanden werden kann. Denn die sechste Erweiterung, WoW Legion, war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch eine Antwort an Stimmen aus der Community. Der Wunsch, Dämonenjäger im Stile Illidan-Sturmkrims spielen zu können, existierte bereits in den Köpfen der Spieler, als WoW noch in den Kinderschuhen steckte. Mit Legion schließlich wurde der Wunsch der Community erfüllt. Ebenso brachte man die Magierstadt Dalaran oder gar den lange totgeglaubten Illidan zurück. Natürlich hätte Blizzard genug Potenzial, um neue Protagonisten im Spiel einzuführen. In der Vergangenheit etwa überraschten die Entwickler mit Add-ons wie Mists of Pandaria oder gar Warlords of Draenor. Beide Erweiterungen zeichnen sich dadurch aus, für neue, unvorhersehbare Handlungsstränge zu stehen. Oh, schau mal, eine Insel, irgendwo dort im Nebel, klingt nach einer tollen Idee für ein neues Add-on. Tatsächlich wird der Begriff des Mists of Pandaria-Add-ons in manchen Teilen der Community synonym für eine Erweiterung verwendet, die völlig unvorhersehbar und ohne sinnvollen Kontext daherkommt. Das Pandaren-Add-on wurde von vielen zur damaligen Zeit abfällig als WoW für Kinder bezeichnet. So wurden doch die namensgebenden Pandaren in das geliebte World of Warcraft eingeführt, ohne einen direkten Bezug zu dem Kriegshandwerk erkennen zu lassen. Lange mussten sich die Entwickler Vorwürfe seitens der Community anhören, wie grotesk es doch sei, in einem etablierten Spiel, das War im Namen hat, plötzlich niedliche Panda-Bären einzuführen. Und natürlich traten auch an dieser Stelle wieder zahlreiche Spieler an Blizzard heran, um dem Entwickler klarzumachen, wie sehr sie das Spiel gegen die Wand fahren würden. Die Rufe der Community, dass das Spiel nun endgültig tot sei, waren zu dieser Zeit vielleicht so stark wie niemals zuvor. Doch heute ist das anders. In der Retrospektive betrachtet, hat MOP WoW natürlich nicht getötet. Einige Spieler, die dem Add-on damals kritisch gegenüberstanden, bekamen spätestens mit dem Launch von Warlords of Draenor eine ganz andere Auffassung von Mists of Pandaria. Die romantische Verklärung gilt sogar so weit, dass einige Spieler heute MOP als eines der besten Add-ons ansehen. Manchmal scheinen also Totgeglaubte nicht einfach nur länger zu leben, sondern mit etwas Distanz durchaus attraktiver zu wirken. Etwas anders verhält es sich mit Warlords of Draenor. Zwar reiht sich dieses Add-on etwas reibungsloser an das Ende und den damit verbundenen Fall Garrosh Hölschreis an, doch so richtig warm schienen die allermeisten Spieler mit dieser Erweiterung nicht geworden zu sein. Es mag nicht verwundern, dass manche Leute die Idee der Zeitreise in WoW auf den ersten Blick als wenig nachvollziehbar empfinden. Schließlich gab es das doch zuvor nicht und überhaupt ist es doch eine merkwürdige Sache in die Vergangenheit zu reisen und dort den Lauf der Geschichte zu verändern, oder? Nun, das trifft es nicht ganz. Tatsächlich sind Zeitreisen spätestens seit dem ersten Add-on, The Burning Crusade, ein Thema in WoW. In den Höhlen der Zeit reisten Spieler nun mal bereits vor über 10 Jahren zurück zu geschichtsträchtigen Begegnungen der Warcraft-Lore, um dort größeres Unheil zu verhindern. Mit Warlords of Draenor wurde diese Idee eben weitergedacht und durch interessante Charaktere wie Garrosh, Krom, Velen, Khadgar und all den anderen Helden oder Anti-Helden deutlich aufgebessert. Die Kritik der Spieler an der Geschichte von Warlords of Draenor kann man also durchaus differenziert sehen. Und überhaupt machte es mir persönlich nie etwas aus, ein Add-on auf einer Story rund um Zeitreisen aufzubauen. Schließlich ist World of Warcraft ein Fantasy-Spiel. Und zumindest ich bin der Meinung, dass nicht alles in diesem Genre rational begründbar sein muss, wenn es nur fantastisch genug ist. Zugegebenermaßen ist es weit mehr als die Geschichte, was Warlords of Draenor für einige Spieler zu dem am meisten gehassten Add-on werden ließ. Ob Garnison oder Content-Mangel, die Kritik ist facettenreich und sicherlich in weiten Teilen zutreffend, was sich nicht zuletzt an den letzten öffentlichen Abonnentenzahlen erkennen ließ. Doch was ist jetzt mit WoW? In Draenor gestorben und in Legion wie der Phönix aus der Asche auferstanden? Nun, ganz so einfach ist es nicht. Zum einen ist es wesentlich schwieriger geworden, die Abonnentenzahlen quantitativ zu bestimmen. Aber auch mit qualitativen Beurteilungen sollte man vorsichtig sein. Betrachtet man etwa Forenbeiträge der WoW-Community, so mag zwar auffallen, dass besonders zu Beginn von Legion noch sehr von der Erweiterung geschwärmt wurde. Doch wie sehr man hier auch von dem repräsentativen Charakter dieser Stimmen überzeugt sein mag, ist es doch klar, dass das Stimmungsbild der Spieler innerhalb weniger Wochen umkippen kann. Generell empfiehlt es sich, die Entwicklung von WoW immer im größeren Kontext zu betrachten. An die Stelle von einem Fantasy-Epos tritt vielleicht das schnellere, entkoppelte Spiel, das es auch erlaubt, ohne strapaziöse Vorbereitungen für wenige Stunden in das Spiel einzutauchen und mit seinen Freunden Spaß zu haben. Ein regelrechter Evergreen, der Nörgelei an WoW, ist der Aspekt der Casualisierung des Spiels. Das bedeutet, dass das Spiel im Zuge der Entwicklungen auch für Leute zugänglicher gemacht wird, die weniger Zeit investieren wollen oder können und dabei zumindest in einer abgespeckten Version des Spiels dennoch alle Features erleben möchten. Es ist umstritten, ob dies nun eine gute oder schlechte Sache ist. Ich persönlich denke zumindest, dass Blizzard hier einige sinnvolle Kompromisse machen konnte. Nur die wenigsten Spieler schaffen es, Schlachtzüge auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Hingegen kann ein jeder den Schlachtzug-Browser besuchen, in kürzester Zeit abschließen und hinterher sagen, hey, ich habe alles in diesem Raid gesehen. Es sind vielleicht genau diese Anpassungen an eine breit gefächerte Community, die WoW nach all den Jahren so erfolgreich sein lässt. Nicht die Resistenz, sondern die Offenheit gegenüber Neuerungen hat das Spiel dorthin gebracht, wo es heute steht. Prognosen, wie es weitergehen könnte mit dem Spiel, gibt es aus Reihen der Community zu Genüge. Von abenteuerlichen Story-Ideen bis hin zu vernünftigen Vorschlägen das Gameplay betreffend, findet man bei einer Recherche im Netz so ziemlich alles. Und genau hier sehe ich die Grundlage für noch viele weitere Jahre WoW. Die jüngste Vergangenheit hat mit WoW Legion gezeigt, dass das Spiel profitieren kann von der Kommunikation zwischen Entwickler und Spieler. Ein Spiel kann nämlich nur dann gut werden, wenn sich die Entwickler darüber im Klaren sind, wer ihre Spieler sind. Beachtet man Wünsche aus der Community und betrachtet die Entwicklungen der Spielerbedürfnisse, ohne dabei von den eigenen Maximen abzuweichen, so wird sich ein Blizzard-Spiel auch noch in 10 Jahren wie ein Blizzard-Spiel und WoW wie WoW anfühlen. Die Angst der Spieler, WoW könnte sterben, halte ich überdies für unbegründet. Müsste ich mich festlegen, so würde ich sagen, es ist wesentlich wahrscheinlicher, sich selbst von dem Spiel loszusagen, als umgekehrt anzunehmen, WoW würde einem unter den Füßen weggezogen werden. Bis dahin werden wir aber unsere Freude mit dem Spiel haben und zugegebenermaßen braucht es keine Unheilverkünder, die dem Spiel andauernd sein Ende voraussagen. Das ist nämlich nicht nur vergoldete Lebenszeit seitens Verfasser, sondern trübt auch die öffentliche Wahrnehmung eines eigentlich sehr gesunden Spiels. Und dies ist vor allem eins, sehr schade.